In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man einfach verkettete Funktionen mit Hilfe lineare Substitution aufleiten kann. Die erste berechtigte Frage wäre, wieso heißt diese Integrationstechnik eigentlich lineare Substitution? Nehmen wir ein bisschen dieses Begriff auseinander. In erster Reihe Substitution ist dann notwendig, wenn wir eine verkettete Funktion integrieren bzw. aufleiten wollen. Das bedeutet, die Funktion besitzt in der Regel eine innere und eine äußere Funktion, wie zum Beispiel diese Funktion hin. Und ich hoffe, das ist einfach zu erkennen. Das, was in der Klammer steht, mit rot, ist die innere Funktion und die grüne, also die Klammer der hoch 4, ist die äußere Funktion. Zweitens, wieso eigentlich dieser Begriff linear? Naja, das hat ja was mit der inneren Funktion zu tun. Wenn ihr diese Funktion näher betrachtet, sollte euch auffallen, dass das eine Geradengleichung ist. Also 2x-5 hat ja die Form m mal x plus c und das ist die Gleichung einer Geraden. Das bedeutet, diese lineare Substitution ist nur dann anwendbar, wenn die innere Funktion eine Gerade ist oder linear. Alternativ gibt es natürlich auch noch andere Arten von Funktionen, wo die innere Funktion, zum Beispiel so wie hier rechts abgebildet, auch eine x hoch 3 Funktion ist. Das ist ja klar. Das ist keine Geradengleichung. Deshalb müsste man hier eigentlich die tatsächliche Substitutionregel anwenden und nicht lineare Substitutionen. In diesem Tutorial werden wir uns allerdings nur um diese Art von Funktionen hier kümmern. Die tatsächliche Substitution wird normalerweise erst ab dem Grundstudium benötigt. Wenn Bedarf, ein passendes Tutorial dazu findet ihr am Ende im Abspann. Ein weiteres Problem, was sich ergeben könnte, ist natürlich die Tatsache, dass man nicht immer in der Lage ist zu erkennen, wann diese Regel überhaupt benötigt wird. Zur Erinnerung, wir suchen Funktionen, die vom Aufbau her eine innere und eine äußere Funktion besitzen. Deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf alle wichtigen Funktionstypen, die verkettert vorkommen können. Als erstes die ganzrationalen Funktionen. Ich hoffe, hier ist es leicht zu erkennen, dass in der Klammer ist die innere Funktion, also die rote Funktion, und die äußere Klammer mit der hoch 4 ist natürlich die äußere Funktion. Gebrochenrationale Funktionen. Okay, bei diesen Termen ist es manchmal ein bisschen notwendig umzuformen, deshalb habe ich das auch schon vorbereitet. Aber wenn ihr den hinteren Term anschaut, sollte euch auch auffallen, genauso wie oben. Das in der Klammer ist die innere und die Klammer mit der hoch minus 3 ist die äußere Funktion. Weiterhin genauso ähnlich sieht es aus auch bei den Wurzelfunktionen. Nachdem man die Wurzel umschreibt, als rationale Hochzahl, hoch 1,5, sollte man auch erkennen, dass in der Klammer die innere Funktion steht und dass die Wurzel eigentlich die äußere Funktion ist. Trigonometrische Funktionen sind genauso einfach. Sinus ist natürlich die äußere Funktion und 2x-Pi die innere Funktion. Und die natürliche Exponentialfunktion, nur kurz gesagt die E-Funktion. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das Exponent oder die Hochzahl ist die innere Funktion und die E-Funktion selbst ist die äußere Funktion. In diese Kategorie würde theoretisch noch die ln-Funktion reingehen, allerdings ist das ein bisschen eine komplexere Sache, deshalb werde ich das in anderen Tutorien behandeln. Das ihr natürlich wieder am Ende im Abspann findet. Und es ist jetzt endlich an der Zeit, dass wir uns die Formel bzw. die Regel anschauen. Dafür nehmen wir diese Funktion von vorher. Wir wissen jetzt, was innere und was äußere Funktion ist. Und ich werde an dieser Stelle euch keine Formel zeigen, sondern den Lösungsansatz eher wörtlich formulieren. Ist meiner Meinung nach ein bisschen einfacher. Also, fangen wir mit der äußeren Funktion. Unser Ziel ist natürlich eine Stammfunktion zu bilden, deshalb wird die äußere Funktion auch aufgeleitet, wie jede andere Potenzfunktion. Die innere stattdessen wird abgeleitet und im Kehrwert geschrieben. Zur Erinnerung, Kehrwert bedeutet einfach 1 durch. Das werden wir gleich bei der Beispielaufgabe sehen. Also, wortwörtlich kann man die Regel auch so formulieren, die Stammfunktion ist die äußere Aufleitung mal der Kehrwert der inneren Ableitung. Die Reihenfolge ist natürlich egal. Angewandt auf diesen Term können wir uns das Ganze so vorstellen. Große von x. Und hier an dieser Stelle haben wir natürlich die äußere Aufleitung. Versuchen wir kurz nachvollziehen, was passiert ist. Also, aus d hoch 4 ist eine hoch 5 hier an der Stelle geworden. Und natürlich kommen diese 5, wie jede andere Potenz, im Kehrwert nach vorne. 1 durch 5. Die 3 wird einfach mitgenommen. Das ist ein konstanter Faktor. Und jetzt, nachdem wir die grüne Geschichte erledigt haben, kommt der Kehrwert der inneren Ableitung. Die innere Ableitung ist natürlich 2. Also, 2x minus 5 ist abgeleitet 2. Also, diese 2 hier. Und die nehmen wir im Kehrwert. Also, haben wir am Ende noch mal 1 durch 2. Natürlich kann man diesen Term noch ein bisschen zusammenfassen, aber das werden wir dann gleich bei den Beispielaufgaben sehen. Um euch zu zeigen, wie einfach dieser Lösungsansatz funktioniert, rechnen wir jetzt ein paar Beispielaufgaben. Also, das ist die erste. Ich hoffe, gut erkennbar. 4x plus 1 ist die innere Funktion. Die Klammer mit der hoch 6 ist die äußere. Und wir versuchen jetzt genau das zu machen, was wir vorher gesagt haben. Das heißt, die äußere Funktion wird zuerst aufgeleitet. Das bedeutet, die innere wird unverändert übernommen. Und die neue Hochzahl ist hoch 7. Diese neue Hochzahl kommt natürlich im Kehrwert nach vorne. Also, ein Siebtel. Und was wir vorne noch haben, ist natürlich dieser 1,5. Das ist ein konstanter Faktor. Der wird einfach mitgenommen. Beim nächsten Schritt werden wir das selbstverständlich auch zusammenfassen. Jetzt kümmern wir uns um die innere Funktion. Dieser 4x plus 1 wird abgeleitet. Also, es bleibt nur 4. Und in Kehrwert geschrieben ist es dann mal ein Viertel. Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, dann haben wir nichts anderes als 2 mal 7 mal 4 sind 56. Also oben 1 und unten 56. Und die Klammer wird einfach nur abgeschrieben. Übrigens, bei diesem Tutorial werde ich nicht auf die konstante C hinten angehen. Die ist jetzt überflüssig. Es gibt andere Tutorials, wo die wirklich eine Rolle spielt. Hier werden wir es weglassen. Okay, zweite Beispielaufgabe. Da hatten wir eine gebrochenrationale Funktion. Ich habe sie schon bereits umgeformt. Vom Aufbau her sollte klar sein, was innere und was äußere ist. Und wir legen wieder los. Die neue Hochzahl bei der Klammer, ich lasse wieder ein bisschen Platz vorne, ist natürlich diesmal hoch minus 2. Also aufpassen mit den negativen Hochzahlen. Wenn wir zu dem minus 3 1 dazu addieren, dann haben wir hoch minus 2. Und die kommt ebenfalls im Kehrwert nach vorne. Ich kann sie auch ganz vorne schreiben. Dann ist es minus 1,5. Und die 2, die davor stand, können wir hier einfach reinquetschen. Das war die äußere Geschichte. Jetzt wieder die innere Funktion. Wird abgeleitet. Ist mal wieder 4. Im Kehrwert handelt es sich um ein Viertel. Wir fassen zusammen. 1,5 mal 2 geht sich natürlich weg. Dann bleibt hier vorne nur noch die minus 1. Ein Viertel kann man auch nach vorne ziehen. Also vorerst sieht das Ganze so aus. Ein Viertel mal 4x minus 2 hoch minus 2. Und natürlich ist es erwünscht, dass wir die Terme nur mit positiver Hochzahl oder Exponenten darstellen. Deshalb ziehen wir diese Klammer noch unter den Bruchstrich. Und haben am Ende minus 1 durch 4 mal 4x minus 2 hoch 2. Also das ist die saubere Form von diesem Term. Als nächstes eine trigonometrische Funktion. Und zwar eine Sinusfunktion. Zur Erinnerung, 2x minus Pi ist die innere Funktion. Und Sinus selbst ist die äußere Funktion. Wir fangen wieder mit der äußeren an. Also Sinus aufgeleitet ist minus Cosinus. 2x minus Pi wird vorerst unverändert abgeschrieben. Und jetzt ist die innere an der Reihe. 2x minus Pi abgeleitet sind natürlich 2. Im Kehrwert geschrieben ist es ein Halb. Hier kann man nicht mehr viel machen. Allerdings könnte man eventuell diesen Einhalb nach vorne ziehen. Also dann haben wir halt minus 1 Halb Cosinus von 2x minus Pi. Als vierte Beispielaufgabe habe ich eine E-Funktion ausgewählt. Zur Erinnerung, die innere Funktion ist natürlich die Hochzahl hier. Also diese 3x minus 1. Und eine andere Besonderheit, die hier auftaucht, ist die Tatsache, dass sich die äußere Funktion beim Ableiten sowie beim Aufleiten niemals verändert. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Stammfunktion hier wollen, dann schreiben wir erstmal unverändert die ganze E-Funktion ab, in voller Prachtung Glanz. Und dann bearbeiten wir nur die innere Funktion. Also 3x minus 1 abgeleitet sind 3. Im Kehrwert ist es natürlich ein Drittel. Und man könnte auch hier 2 und 1 Drittel miteinander zusammenfassen. Es wären dann 2 Drittel E hoch 3x minus 1. Und noch ein Beispiel mit einer Wurzelfunktion. Und dann haben wir es geschafft. Ich habe auch hier im Voraus schon die Wurzel umgeformt. Also als Klammer mit hoch 1 Halb geschrieben, dann nach oben gezogen. Dann können wir auch gleich loslegen. Die äußere Funktion ist also diese Geschichte mit hoch minus 1 Halb. Deshalb übernehme ich die Klammer unverändert. 3x minus 6. Und die neue Hochzahl, wenn wir 1 dazu addieren, ist natürlich plus 1 Halb. Und die kommt in Kehrwert nach vorne. Kehrwert von 1 Halb bis 2 Eintel oder 2. Das war die äußere Geschichte. Und jetzt gehen wir zu der Inneren. 3x minus 6 abgeleitet sind 3. Im Kehrwert ist es 1 Drittel. Das Ganze können wir auch noch ein bisschen schöner schreiben. 2 mal 1 Drittel sind natürlich 2 Drittel. Und die Klammer mit der 1 Halb, mit der hoch 1 Halb, ist natürlich wieder die Wurzel. Also dann hätten wir mal Wurzel 3x minus 6. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Die lineare Substitution ist für die Abiturprüfung sehr wichtig, aber auch für den Grundstudium. Außerdem gibt es noch andere Regeln, die von Bedeutung sind. Zum Beispiel aufs Abiturniveau musst du natürlich die Grundlagen kennen, Potenzfaktor oder Summenregel. Sowie das Aufleiten mit Hilfe der Lernfunktion. Für den Grundstudium zusätzlich kommen noch Integration durch Substitutionen. Oder man kann natürlich auch durch partielle Integration integrieren oder Partialbruchzerlegung. Kurz gesagt PBZ. Wenn Bedarf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr euch jetzt gleich im Abspann. Was ist das? Schönen Tag nicht hin? Was ist das? Ein payser. Oder man kann sich auch das? Vielen Dank.